Zu viele Zuschauer noch hier sind Zuschauerinnen, Kinder, grosse Familie, alles. Und jetzt schauen wir, dass die Guckner hier alle Platz haben auf der Bühne. Kommen doch nach vorne, du nicht schüch! Alle zusammenrutschen, meint der Chef. Dann folgen. Alle zusammenrutschen, damit wir dann hören, dass wir hier ein wunderbares Monsterkonzert machen können. Das wäre jetzt ein Foto, meine Damen und Herren. Ihr könnt jetzt ein Handy zücken, alle einen Post machen und dann wären wir bereit bis nachher. Für die, die es nicht mitbekommen haben, das Fest heißt hier Schellenfest 3000. Das hat natürlich einen Grund. Vielleicht habt ihr irgendwann in der Zeitung mal gelesen oder auf Facebook oder Instagram mitbekommen. Also es hat ein neues Bandprojekt gegeben, die heissen Guckern 3000. Sie haben verschiedene Songs aufgenommen und zu jedem Song hat Guckern mitgespielt. Das hat eingespielt für die CD-Aufnahme. Und darum haben wir gestern Abend die Plattentaufe von dieser Guckern 3000 CD. Und das ist ein super Abend gewesen. Die Stuben der Gang haben noch gespielt. Und weil wir gedacht haben, das passt ja zusammen. Nennen wir das Fest ein Jahr mal nicht Schellenfest, sondern Schellenfest 3000. Ja genau, wie geht's? 3000! Also den Auftakt machen 14 in 30. Tenauer Guckern. Jetzt ist 13 ab. Wir spielen den Guckermarsch. Also erst 13 ab. Es kann sich nur noch um Sekunden handeln. Bei mir auf dem Handy ist schon länger 13 ab. Wir sind gespannt, wie das klingt. Es sollten um die 300 Guckerninnen und Guckern sein, die jetzt dann gleich miteinander spielen. Vorne dran steht der Tömmeli von den Heuröpfel. Äh nein, jetzt habe ich es völlig falsch gesehen. Uiuiuiui. Vorne dran steht der Tömmeli von den Glunkafoniker. Und jetzt wäre es 14 ab, meine Damen und Herren. Das Monsterkonzert am Schellenfest 3000. 1, 2, 3, 5! 2, 3, 5! 10, 4, 5! 1, 2, 3, 5! 2, 3, 4! 3, 5! 6. 6! 6! 6! 6! 8! 8! Das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020